Musik 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 Hier unten Sieht die Majestät der Weinen? Sieht so künftig aus. Ja, zum Wohle. Auf einen schönen Tag. Auf einen schönen Tag. Sie sind schon dabei? Nein, nein, ich wäre ja gerade gefahren. Danke schön. Zunächst einmal herzlich willkommen im Namen von den Schlawino-Jungwinzern und dem Team von Mio Sinzig. Ich brauche diese. Ja, sehr schön. Sehr lecker. Sehr lecker. Ja, sehr lecker. Ja, sehr lecker. Ja, sehr lecker. Sehr empfiehlenswert. Danke meinen Eltern, meine Manager und meine Produzenten. Es ist ganz hervorragend. Und dazu der passende Wein. Sehr gelungen. Also mir schmeckt es hervorragend. Das Fleisch ist sehr zart. Finde ich ganz begeistert. Ein schönes Ereignis heute hier. Das, was wir gemacht haben. Das ist ganz fantastisch. Wir sind sehr zufrieden. Der nächste Wein ist nämlich unser Jungwinzerwein, der Schlawino. Der Wein ist zu gleichen Anteilen aus allen Betrieben. Jeder bringt da für eine Vorprobe sehr schöne Spätbegrunder mit. Und dann testen wir, welche Weine am besten zusammenpassen. Welches Cuvée dann, ich sag mal, das Harmonischste ist. Ich hoffe, Ihnen gefällt unser Gemeinschaftsprodukt. Genauso genannt wie unsere Gruppe Schlawino und zum Bulle. Das ist eine Pottrasche dazwischen. Bei uns liegt das Wein machen ganz in Frauenhand. Heute habe ich Ihnen den Dernauer Hardback mitgebracht. Das ist ein Spätbegrunder, der mit 16 Gramm Restzucker Feinherb ist. Und damit, denke ich mal, sehr gut zu der Mokka-Creme passt. Und ja, ich wünsche Ihnen noch einen schönen Resttag auf dem Schiff und zum Wohle. Dieses Ereignis ist eines der schönsten Erlebnisse, die es im Jahr für den Erlauben gibt. Jedes Jahr freue ich mich neu drauf, hier zu sein. Man wird fantastisch bewertet. Die Stimmung ist toll. Wir sind froh, hier zu sein. arenen von Schiffens auf den Sommerpreis in Berlin. Es weltweit auf demorstenчитel. Es geht invalid um Bluestar. Wir sind froh, hier zu sein. Wie wird heute mit einem Bl healed? Untertitelung des ZDF, 2020